Hallo und herzlich willkommen zu einer waschribärigen Folge mit dem Waschbär. Ja, dem kranken Waschbär. Ja. So, also wir fangen heute an mit dem Longshot. Meinst du den Longschrott? Ja. Übrigens Leute, ich bin heute im Farbeinwand gefallen. Das tut mir leist. Heute sehe ich irgendwie anders aus, Vergleich. Hm. Oder? Ja, ich weiß auch nicht was er geschafft hat. Keine Ahnung. Siehst du nicht toll aus wie ich es aussehe gerade? Sieht aus wie so ein Partikelfehler da. Hallo. So gemeint müssen sie auch nicht sagen, wie es der Waschbär. Ich glaube schon, was gibst du? Äh, das ist ne sehr gute Frage. Ich geb dem... Geh mal, was du mal ran da an das Ding her. Ja. Also Leute, man sieht ungefähr genau so aus wie ein episches Ding schwarz. Das ist halt ein klassisches Meifer, ne? Ich mag den Meifer. Ich geb dem nur 6 Punkte. Ich geb dem nur 6 Punkte. Okay. Und dann hier blau halt 7 Punkten direkt. Also auch in blau ist genau das gleiche. Dann nur in blau 7 Punkte. Ne, das ist die weibliche Wessling. Ach da. Ja. Trotzdem. Wie du glaubst. Ja. Hazard Agent. Ja. Drei Punkte. Äh. Zwei Punkte. Chromium. Der gibt mich immer auf. Drei Punkte. Allerhöchst. Und dieses geht nicht so schön. Fünf Punkte. Null. Oh ja. Da freut sich der Waffe, ne? Ja. Eieieiei. Checker, 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 checker. Zehn. Make it right. Zehn Punkte. Ach, das war umgekehrt. Oh Gott. Ach, das war der Prick. Na, der lässt Geld regnen. Der lässt Geld regnen. Damals auf. Warte. Ja, wie schön wäre das. Damals auf. Ja. Ich hab mir die Kamera für den Bisschen. Damals auf. Die Kamera für den Bisschen. Der gleich. Der gleich. Der gleich ist vorbei. Der gleich. Das ist meine letzten Überreste. Der gleich. Der gleich. Die. Ich bin echt ein paar. Nein, vier. Ok. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.